Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man so einen Schwerlastanker bzw. Bolzenanker richtig montieren kann. Wenn du Bock da fasst, dann bleib auf jeden Fall dran. Zur besseren Veranschaulichung möchte ich mal diesen Winkel mit so einem Schwerlastanker hier in meinem Beton befestigen. Und von diesen gibt es natürlich auch die verschiedensten Größen und Hersteller, doch normalerweise funktionieren alle relativ ähnlich. Ich verwende in meinem Fall zum Beispiel den Schwerlastanker FAZ210-10 von Fischer und dieses 10-10 bedeutet einfach, dass mein Anker einen Durchmesser von 10 mm hat und damit können wir jetzt halt auch Bauteile bis zu einer Dicke von 10 mm befestigen. Wie viel genau der Bolzenanker aushält, das steht normalerweise auch in den Datenblättern vom Hersteller drin. Ich habe den FAZ210, weswegen ich mich in dieser Spalte bewege. Den Winkel, den ich anschrauben möchte, der ist verzinkt. Ich möchte das Ganze auch mindestens 60 mm in der Wand verankern und die Wand ist mindestens 110 mm dick. Dann müssen wir noch darauf achten, was für einen Drehmoment wir am Ende haben. In meinem Fall genau 45 Newtonmeter, da sollten wir wirklich relativ pingelig sein. Und dann können wir am Ende auch erkennen, wie viel Kilogramm ich jetzt aufhängen kann. Bedeutet in diesem Fall zum Beispiel ein ruhender Boxsack an der Decke, auf dem nur Zugkräfte nach unten wirken, könnte ich am Ende 6,2 Kilo Newton aufhängen, beziehungsweise ca. 620 Kilogramm. Und wenn ich ein Regal an der Wand befestigen möchte, da wiegen dann Querkräfte nach unten. Da könnte ich sogar ein Regal mit 12,2 Kilo Newton beziehungsweise 1,2 Tonnen aufhängen. Jetzt aber genug zur Theorie. Zuerst einmal lege ich meinen Winkel an die gewünschte Stelle und zeichne mir danach auch mein entsprechendes Bohrloch, beziehungsweise natürlich normalerweise mehrere Bohrlöcher an. Als nächstes muss ich das Loch mal mit einem 10er Betonbohrer so tief bohren, dass mein Bolzenanker am besten am Ende noch ca. 1 cm Luft zur Wand hat. Bedeutet in meinem Fall habe ich das Ganze mal mit 65 mm eingestellt. Das sollte passen. Und jetzt bitte aber auch nicht die Schutzbrille, Gehörschutz und vielleicht auch eine Staubschutzmaske vergessen. Für den optimalen Halt müssen wir unbedingt noch das Bohrloch von Staub befreien. Und hier sollten wir aber nicht nur mit einem Staubsauger arbeiten, sondern auch mit so einem speziellen Ausbläser, dass wir natürlich auch den Bohrstaub von ganz unten heraus bekommen. Das Bohrloch ist richtig vorbereitet und nun muss ich mal meinen Winkel an die entsprechende Stelle geben, danach meinen Bolzenanker von oben hineinsetzen und ich kann das Ganze auch schon mit einem Hammer ganz einfach in den Boden hineinklopfen. Zum Schluss stelle ich noch meinen Drehmomentschlüssel, wie in einem extra Video gezeigt, genau auf die 45 Newtonmeter ein und ziehe es danach so stark fest, bis es zum Klicken beginnt. Und somit haben wir auch schon den Schwerlastanker richtig montiert, welcher jetzt wirklich bombenfest hält. Wenn du dir für zu Hause so einen Betonbohrer, einen Schwerlastanker, Ausbläser oder natürlich auch einen Drehmomentschlüssel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Schritt 1